Hi Freunde, grüß euch. Ja, heute mal TH5, Unterspiel ins Geld, Joppers Cap. Schon lange haben wir gezeigt, vielleicht fährt er ja mal die Käppchen und wollen ein bisschen zuschauen und auf die Kappen hoffen. Berlin ist gerade leer gespielt und hinten wird gerade gebucht. Ich denke mal den Kappensepp kann man sich mal wieder antun. Viel Spaß Freunde. Kappensepp Ja, ich mache mal einen schönen Zockerabend, ein Bierchen mit am Start, Prost, immer schön, in der Spiele geht es nicht mehr, bei mir geht es, Prost. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na ja, Bock auf El Torero, dreimal schöne Kappe, schauen wir mal was es gibt, wie der endlich mal die Stiere da fährt, El Torero Plus, ja wenn ich mein großes Spielepaket hier drauf hab Leute, dann werdet ihr es sehen, werdet ihr natürlich noch andere Spiele zeigen noch auf TR5, aber jetzt hauen wir erstmal den hier rein. Jetzt hoffen wir, dass nicht in den ersten zwei Drehs wieder keiner kommt oder drei Drehs wie sie oben ist, schauen wir mal, oh gleich vorne einer rein. Torero! 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 Gerrero! Ja, schaut sich gut an bis jetzt. Ja, 111,80 Cent, finde ich, schaut sich jetzt gar nicht so schlecht an, Leute. Machen wir einen Break, knallen wir noch ein anderes Spiel hinterher, ein anderes Video. War, glaube ich, ganz nice. Käppchen gegeben, äh, Tor rausgegeben. Super. Haut rein, Leute. Haut mal ein Abo rein. Viele Grüße an alle anderen. Zocker, lasse ich wie immer raus. Alle YouTuber, die gerne Spielevideos gucken. Ja, vielleicht das nächste Mal. Ich knall mal hier und spiele hinterher. Mal schauen, was es wird. Bis zum nächsten Mal.